ja servus und herzlich willkommen hier auf dem kanal travel and hike hallo zusammen auch von mir ja wir begrüßen euch hier vom verregneten weihnachtsmarkt aus duisburg ja wie die ganze zeit schon ist es total am regnen völlig nass wir wollten euch aber auf diesem wege noch mal eine schöne weihnachtszeit wünschen genau für dieses jahr haben wir noch mal ein paar outtakes zusammengestellt ja ja das ein oder andere mal ist ja doch immer mal wieder ganz interessant und im nachhinein immer mal wieder lustig ja wir hoffen euch gefällt es kannst du mal ganz kurz über die brücke so laufen ein regentropfen auf der scheibe jetzt einfach nur da reingehen ja wir stehen jetzt hier bei fritzberger jetzt gehen wir mal kurz rein wir stehen jetzt hier in rheinbach bei fritzberger vor der tür und jetzt gehen wir mal kurz in den laden das ist unser licht draußen wo wir hier stehen ist ein privater stellplatz ein winzer der das hier auf sein privatgrundstück anbietet gebucht das ganze ja nicht im alpaca war ja gar nicht über alpaca schönen guten morgen ja der abend gestern mit unserem spontan besuch ja ging dann doch länger als wir erwartet haben das war ein sehr schöner abend sehr schön es war ein sehr schöner abend ja betina unser spontan besuch gestern ist dann doch länger geblieben beziehungsweise wir haben uns länger den abend ja mit wein versuchst kann man sagen wo filme ich doch nicht immer wenn ich so konzentriert bei der arbeit bin manchmal so ein doofes gesicht dabei ja das stimmt aber das leckere essen ja dann lassen wir sie weg schönen guten morgen ja willkommen hier weiterhin aus mal cheesy ne 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 regnet es natürlich und ja ich hoffe es hat euch gefallen in diesem sinne sagen wir von hier aus tschüss servus und kommt gut ins neue jahr bis dann tschüss jetzt habe ich die tüte im gesicht wir sehen uns im neuen jahr rutscht alle gut rein bleibt gesund und macht es gut tschüss 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 Vielen Dank.